ja herzlich willkommen ich bin felix von ademax und ich zeige euch heute ein paar sitzmöglichkeiten von wikivoot unser großes set mit zwei cine chairs und einem bambus holztisch zu den besonderheiten von unserer großen sitzecke hier gehören definitiv diese super stabilen stühle die sind belastbar bis 150 kilo die halten hier einiges aus und wirklich sehr sehr bequem da kann man lange abende am lagerfeuer darauf aushalten passen auch wirklich super hier zur tischhöhe der tisch ist hier nochmal verstellbar wir können also hier die beine hier unten fein justieren um hier eventuellen unebenheiten sowie hier aus dem weg zu gehen wir können aber auch den ganzen tisch noch mal knapp zehn zentimeter tiefe aufstellen und einrasten lassen einfach wenn man mal kleinere stühle dabei hat oder irgendwo als beistelltisch dienen soll ansonsten muss man sagen das ding hier ist wirklich super stabil ich kann mich da also ohne probleme draufsetzen der hält das aus dem macht das nichts den kann ich überall mit hin nehmen da wird nichts passieren zu den materialien wir haben hier oben eine oberfläche aus bambusholz der ganze tisch ist hier oben in zwei einzelne teile quasi unterteilt der rest des tischgestells hier ist aus pulverbeschichtetem aluminium das ganze ist also wirklich super leicht kann man super tragen man kann den tisch also auch ohne probleme mal hochheben der ist wirklich sehr sehr leicht ich zeige euch das mal hier auch von der unterseite das ist wirklich super stabil hält einiges aus ja das ist das gute stück jetzt zeigen wir euch wie diese gruppe aufgebaut wird der stuhl das habe ich hier schon aufgemacht der ist also extra noch mal verpackt wir können den ganzen stuhl die einmal aus der packung herausnehmen die legen wir mal beiseite sehen wir auch schon das ist ein super flaches packmaß funktioniert sehr gut und das aufklappen ist wirklich super einfach wir nehmen dafür einfach hier diese seiten streben klappen die einmal nach oben weg wenn das ganze dann hier einmal auseinander ziehen einmal in die weite drücken so funktioniert besser wenn der boden gerade ist aber so steht das ganze ding dann ja und ist wirklich super gemütlich an der seite haben wir noch mal zwei taschen ganz wichtig passen zwei große dosen bier rein aber auch eine jägermeister flasche passerein ja und so lässt sich leben außerdem haben wir euch heute mitgebracht den klappbaren bambustisch und packe ich euch auch mal ganz schnell aus hier ganz wichtig alle wiki wird produkte sind immer noch mal extra verpackt dass wenn ihr sie im auto habt sind ich einfach lose rumfliegen und nicht verkratzt sondern nehmen wir den tisch hier einmal aus der packung raus zack 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 können ihn dann hier an zwei lösen einmal lösen und aufklappen dann haben wir auch schon die tischfläche an sich ausgeklappt können das ganze dann hier mit zwei querriegeln einmal verriegeln die jeweiligen beine ausfahren zack 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 und das war's tisch steht umdrehen das natürlich haben wir es hier nicht überall so eben wie man sieht wir können aber hierher gehen und die tischbeine noch mal ausziehen um also auch deutlich höheren tisch zu generieren und eventuelle unebenheiten hier nochmal auszugleichen ja das war es dann auch schon von unserer kleinen wiki wird produktvorstellung ich sage schon mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal das ist so entspannend